Weißt du was, wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit echter Stimme reden. Oh mein Gott, okay. Ja. Ja, Leute, einfach in das Wetter genießen, Regen. Oh, ein blödes Wissens. Kein Geil, so gucken wir mal, shop hier durch, was geht hier? Oh, ich habe keinen Creator angetragen. So, DJ Alpha 8. War, glaube ich, mein Creator-Kund, gibt es den noch? Es funktioniert. So, aber ob wir noch Leute benutzen, DJ Alpha 8 hier, ist ein bisschen kompliziert vielleicht. Aber geil, jetzt kann ich nicht shoppen, oder? Mit 100 W-Bucks. Jetzt kann man sich hier so gönnen. Ja, okay, ich glaube gar nichts. Da gucken wir mal, Freunde. Ey, guck mal, wer online ist. No, einfach schön Junior. Ich lade den ein, Digga. Komm, bitte kommt der. Hallo? Hallo. Ja, was geht, Bruder? Was machst du hier? Hey, lass mal mit, wenn ich du wäre, Digga, meinst du es ernst? Ja, 100%. Äh, Digga, aber das machen nur krasse YouTuber, das weißt du schon. Ja, wir sind auch krass. Ja, ich weiß nicht. Die Leute haben bis jetzt gesagt, wir sind cool, aber ich weiß doch nicht, ob wir krass sind. Wie viele Likes denkst du, müssen wir potten, damit wir krass sind? Ich habe keine Ahnung, 10.000. 10.000 Likes wäre schon krass. Dann wäre aber wirklich heftig, glaube ich. Ja, okay, aber wir spielen jetzt, wenn ich du wäre, dann würde ich sagen, wenn ich du wäre, machen gleich den Skin rein, weil wir sind Bruder, wir müssen hier zusammen kämpfen. Komm, mach gleich den Skin rein, los. Ich warte, kein Ding, kein Problem. Oh, Ehre. Oh mein Gott. Jetzt siehst du viel besser aus. So muss man aussehen. Wenn ich du wäre, möchte ich erstmal bereit machen. Aber es ist auf Teams. Ja, ist egal, egal, komm. Digga, du traust dich. Okay. Ja. Ey, das schaffen wir doch nie im Leben. Wir sind zwei gegen vier. Aber es kommt nicht so weit, wo wir jetzt hier kommen. Ey, es ist gefährlich. Aber warte, okay. Wenn ich du wäre, landet, dann wir wenigstens. Warte, muss mal gucken, wir fliegen so. Siehst du, da hinten ist ein Tomkraftwerk. Ja. Da landen wir, weil sonst packen wir es nicht, ehrlich. Du weißt, ich habe lange nicht trainiert und so. Ich habe nicht mehr viel zu... Okay. Ja, ja, du weißt, ja. Ey, weil ich du wäre, wenn ich jetzt erst mal hier landet und zu meiner Tomkraftwerk hinrenne. Wieso? Keine Ahnung. Ey, wenn da gleich Gegner sind, ist es vorbei. Wenn ich du wäre, Bruder, würde ich mir gleich die besten Waffen geben, die du hast, okay? Okay. Okay, danke, Mann. Sonst schaffen wir es nicht, weil du weißt, ich bin gut und ich schieße halt einfach alle ab und so. Okay, ja, ja. Ja, ja. Wenn ich du wäre, möchte ich für eine Minute tanzen. Für eine Minute tanzen, Digga. Ja. Ja, okay, ich tanze. Ja, wow. Was bringt das? Keine Ahnung, ich muss ja die Musik und so, ne? Ja, okay, ich höre die Musik. Keine Ahnung, kein Problem. Ja, geht fit, geht fit. Okay, fertig. Darf ich wieder gehen? Äh, ehren. Hier ist ein Gegner. Hier ist ein Zombie. Oh, oh, oh. Der hat es auf mich abgesehen. Ich habe den Beef. Ich habe nicht mal eine Waffe. Du bist ein Zombie, geh weg. Hab ihn, gewankt, easy. Oh, mein Gott. Ja, ich habe mir gerade gesagt, wenn ich du wäre, gibst du mir deine besten Waffen. Also, wir werden es gleich sehen, ne? Musst du mir ein Waffen geben. Ich habe die grüne, er und die grüne Papke. Ja, du musst gleich raushauen, Bruder. Wir müssen teilen, du weißt. Ich bin so los. Komm, Kisse. Oh, okay, ich habe vollen Schild. Oh, mein Gott. Ja, okay, wenn ich du wäre, komm jetzt zu mir. Ich fühle mich hier alleine. Ich fühle mich so als, äh, ja, wäre ich der einzige Mensch hier auf dem Planeten. Das ist traurig. Hier, Bruder, gib mir, äh, er wird abgeschossen. Oh, mein Gott. Hä, hast du gerade nicht gesehen? Hey, nein. Hey, ich habe gerade Schüsse, kein Witz. Ich habe keine Ahnung. Wieder hinten, der hat gebaut, der hat gebaut. Oh, mein Gott, komm auf ihn. Komm, wir holen ihn, wir machen ihn kaputt, weil er so frech ist. Eins und zwei. Oh, oh. Oh, mein Gott. Ich habe mal, der unterletzt kommt, hol ihn bitte. Ich hole ihn, ich hole ihn. Ich habe ihn, ich hole ihn. Digga. Ach, ich spüle den Squads. Oh, nee. Komm, den nehmen wir mit. Oh, mein Junge, ey. Oha, von wo? Wieso macht der Stress? Wieso? Was haben wir hier getan? Hab ihn. Oh, mein Gott. Ey, wir rasieren, wir rasieren, ne? Ja. Mein Nummer ist mein Lut. Jeder geht kaputt. Ja, hier, ja, neben. Könnt ihr. Ich habe schon genug Lut. Ey, noch einer. Oh, noch zwei. Der vorne ist der. Hab ihn. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Digga, was ist los? Noch einer, Digga. Ey, was ist von Stress? Noch einer. Kein Witz. Äh, der hat mich. Was? Bist du so schlecht? Helf mir bitte. Nein. Bruder. Äh. Nein, nein. Komm, lauf. Hoh, mich hoch, bitte. Wie? Hoh, mich hoch, bitte. Ja. Hoh, mich hoch, bitte. Hoh, mich hoch, bitte. Nein. Warte, ich komme. Bruder. Ah, nein. Wie viele V-Bugs hast du? Bei 150. Wenn ich du wäre, würde ich mir... Okay, man kann nichts kaufen. Okay. Glück gehabt, Glück. Einfach ein Glück. Aber wenn ich du wäre, wir machen jetzt du es. Wir machen jetzt 100% du es. Ich halte das nicht aus. Komm. Okay. Und wie viele V-Bugs hast du? 100. Bei mir läuft nicht mehr. Bei mir auch nicht. Schade, Banane. Woher geht es mir? Okay, weißt du, wenn wir landen, wir in Salty Springs, okay? Salty Springs. Äh. Oha, wir fliegen ja direkt vorbei. Digga, es wird da Beef geben. Wenn ich du wäre, würde ich nicht mehr weh drücken. Also keine nach vorne-Taste. Du darfst sie doch links, rechts und nach unten drücken. Oh mein Gott. Ja, richtig fies. Aber wir haben gerade wegen dir verloren. Ja, dann darfst du nicht nach vorne gehen. Nur links, rechts und unten. Oha. Du darfst nicht geradeaus gehen. Wenn ich nur meine, möchte ich in der Hocke laufen. Wie laufen in der Hocke? Ja. Ja, probiere ich, probiere ich. Also mache ich, mache ich. Wie geht das? Wie mache ich? Ah, okay. Komm, komm, Waffe, ich brauche eine Waffe. Ey, du läufst nach vorne, ich siehs doch. Hä? Digga, warum lügst du mich an? Bist du ein Scammer oder was? Hä? Bist du verreter? Geh weg, mein Lut. Wenn ich nur wäre, ist es mein Lut. Du 31er. Ah. Haben wir ihn zu. Ich bin fast sonst. Wenn ich nur wäre, ist das mein Lut. Ja, okay. Ich muss einbauen. Wenn ich nur wäre, gib mir die beste Waffe. Alter Hocke laufen. Ah, ja und du nicht nach vorne. Macht Spaß. Hey, geil, ist gut. Siehst voll doof aus. Ja, moin. Das war's schon wieder. Ja, wenn ich nur wäre, möchte ich sofort kommen. Ja, aber ich bin der Hocke. Ey. Hab ich. Du hast geschummelt, aber ja, okay. Du hast ihn gekillt, ist okay. Hey, wie denn? Hä? Wenn ich nur wäre, würde ich mir Horns und so holen, beziehungsweise alles mir geben. Oha, okay. Okay, wenn ich nur wäre, möchte ich mir andere die Emo geben. Ja? Gebt alles los. Danke, danke, gönn, gönn. Ehre. Wenn ich nur wäre, möchte ich mir andere die Munition geben. Ja, hab ich nicht viel. Viel Spaß, ne? Wenn ich nur wäre, möchte ich nur die zweite Waffe nehmen und mit Zeitroppen. Zweite? Und nicht mehr mitnehmen. Ich habe auf der Eins die Spitzhacke, aber die zweite Waffe ist das hier. Okay, dann lass mich gehen. Ja, Glück gehabt, ne? Ha! Nee! Irren los. Okay, so, wenn ich nur wäre, möchte ich nur mit einer einzigen Hand spielen. Mit einer Hand? Ja. Okay, mache ich jetzt. Okay, wo landen wir? Alle, dann komm, lass dir ein Pläser entkommen. Ja, ich muss, äh, jetzt. Okay, Kastatur. Ja, jetzt kann ich meine Maus nicht bewegen. Wie soll ich das machen? Ja, warte, ich versuche es gleich. Ja, es wird zu schwer. Okay, drehen, Maus drehen. Und weh. Easy, ich packe es. Wenn ich nur wäre, würde ich nur noch mit einem Finger spielen. Oh mein Gott, okay. Ein Finger, ja? Du darfst beide Hände, aber bei beiden Händen nur ein Finger. Okay. Ich probiere das. Ich werde meine Finger weg, Serius, oder? Oh mein Gott. Komm, ich packe es, ich packe es. Hey, hier nach vorne, nehme ich auch noch mit. Du dauert das so lange. Oh, ich habe Dach abgebaut. Ups. Hör auf, guck nicht so. Ey, es ist viel zu schwer. Ja, ich probiere runter zu gehen. Ja, es funktioniert. Okay, komm raus. Ey, Zombie. Ich hole Gegner dahinten. Komm, 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 komm. Da vorne. Ich schreif gar nichts. Wow, ein Kill. Oh mein Gott. Ey, wenn du mal spielst. Nur mal? Okay, easy, ich hole den. Oh mein Gott, so krasser Nut. Hier ist noch einer. Noch einer? Oh, oh. Wenn ich du wäre, würde ich den King. Mit einem King, ja? So, können wir auch mitnehmen. Ey, heil mich bitte mal. Ne, wenn ich du wäre, würde ich dich jetzt nicht halten. Ich meine, dass du das, dass du das. Komm da. Wenn ich du wäre, würde ich mir die Sniper geben. Die Sniper? Hier, bitte. Ey, kann ich ein bisschen wieder dabei spielen? Ja, okay, Marc. Ey, Moin, Point. Ja, Moin. Oh, was mache ich? Los. Komplett los. Einen habe ich. Hä? Weißt du was? Wenn ich du wäre, würde ich jetzt mit echter Stimme reden. Oh mein Gott, okay. Ja? Hä? Ja? Was ist jetzt? Äh, nee, Leute, es wurde zu viel. Äh, äh, habt ihr es gehört? Äh, Leute, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Lass da einen Like, damit es euch gefallen hat. Hä? Aber was war das gerade für eine Stimme? Er hat wirklich mit einer anderen Stimme geredet. Egal, lasst einen Like, damit es euch gefallen hat. Euer würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und haut rein.